Gute an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle Video wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder der Super Mario Mega. Und das natürlich in Farbe und Bunt. Ja, nur bei mir in Farbe und Bunt. Ihr wisst Bescheid. So, hier sind wir stehen geblieben, hier beim Bose, beim King Only. Ich wollte eigentlich schreiben King und nicht Boss. Jetzt fällt es mir gerade ein, aber egal. Two Doors, One and Son. Das ist jetzt nicht so. Wir müssen mal irgendwas Lustiges hier. Best Don't Press Anything Level. Hopping Around. Okay, Giant Land. Oh, Giant Land hört sich auch gut an. Giant Land 1. Das spielen wir mal. Das ist cool. Ich habe die Giant Welt in Super Mario Bros. 3 geliebt. Das war mega geil. Bam, 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 bam. Wow. Ey, das war geil. Huioi, huioi, huioi. Huioi, huioi. Huioi, huioi. Das war natürlich von mir beherrscht nicht. Um euch mal zu zeigen, wie man dumm sterben kann in Super Mario Maker. Huioi, huioi, huioi. Warum hat der andere höher geflogen? Oh, oh, kommt der jetzt auch hier hoch? ne okay alles klar alles klar ich glaube da kann man die rüber rennen oder meine herren man würde ich jetzt rausschneiden was immer zu peinlich ist aber hey ihr wollt genau das sehen was ich jeden tag tue habe ich gerade das ding kaputt gemacht nein okay ihr wollt sehen wie ich richtig spiele ohne schneiderei und so ein kram hier okay ich denke wir brauchen nicht mal wieder um mich hier irgendwie rüber zu schicken kann es sein um die goombas zerstören bis jetzt gefällt mir sehr gut nur okay jolo jolo sehr gut meine herren ach du scheiß assi ja sehr gut gemacht obwohl ja sehr gut oh ich brauche einen pilz nein weg bob geh weg aber das heißt alles bob okay ich hoffe mal inständig ich bin nur runter gegangen du nicht so jetzt hüpft hüpft mir noch nie geöffnet bist na ach so assi alter wie schnell die scheiße rauskommt wie schnell die scheiße sehr gutes deutsch konso heute mal wieder und das ding blinkt mal wieder was okay die dinge könnte ich teilen alles klar alles klappt so immer durch damit ach so ich muss energischer sein wie andere youtuber gell um klicks zu generieren so yeah klicks generieren money das ist das einzige was auf youtube zählt das war gerade mein karma weißt du das war gerade der youtube gott der hat gemeint ey der dreck sagt der will nur klicks haben deswegen muss er jetzt sterben und bevor das jemand ernst nimmt nein das meine ich natürlich aus spaß danke falls irgendjemand denkt der hat ja wirklich gedacht dass er voll aus klicks steht so bämm alles klar huiuiui huiuiuiui jetzt hat es funktioniert wunderbar oh ne ha spastis nein okay ich muss ja merken ich nenne keine pflanzen mehr spastis sonst geht das karma wieder das karma geht mal wieder nach hinten los bam boom kadabam zack hose runter hüpfen 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 wie soll denn das gehen bitte jetzt ist der schlicht sogar runtergefallen oh Alter ich hasse dieses level jetzt schon machst du hier ran so schwer ist total einfach guck mal hier zack da durch ohne problem ja ich werde hier findet alle lustig wie ich fehl mhm ok 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 ich hab grad voll mein gamepad ab und gespuckt seh ich grad ey das sind die tropfen der wut ey naja tropfen äh jetzt komm jetzt so 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 ja jetzt wa ey weißt du was was kannst du mich an nö kein bock mehr kein bock mehr Alter ich bin grad bisschen pisst aber nur so bisschen so guck mal jetzt können wir nämlich mehr anlauf nehmen und hätten jetzt theoretisch mehr ja ja wundervoll schön schön daumen hoch dafür dass ich mich jetzt fünf fast sechs minuten mit dem scheiß level abgekriegt ne weißt du was krieg dir nur nen stern kriegst keinen kommentar das ist mir jetzt egal so tschüss ne das reicht mir das war kein das war schönes level aber ne ne das war ne das war grad oh stift komm her das war echt jetzt ein bisschen banane gell das das ne das muss ich ganz ehrlich sagen sooo was haben wir denn noch neuer level geben wir denn mal vielleicht finden wir da wieder einen deutschen eine deutsche eine deutsche eine deutsche nichts deutsch hier nichts deutsch mhm Japan äh und ziemlich viele Amerikaner sternrangliste vielleicht hier don't press anything auf platz 1 mit 61.000 fucking stern okay das ist natürlich wieder ein level ähm wo ich meine skills wieder unter beweis stelle und der titel einfach nichts zu sagen hat das heißt jetzt nicht denken dass ich hier einfach nichts drücke gell das bin wirklich ich ja guck hier okay da muss ich jetzt still halten so ja perfekt okay oh mh ja 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 genau mh okay ich bin gehüpft ja guck schon wieder ja ja ich hab nämlich schon was gemacht ja ja da drauf jetzt kein problem ja den Yoshi brauch ich nicht das ist scheiße so ja 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 komm nimm mir doch einen Yoshi mit komm brauchen wir doch hab ich mir einfach mal so gedacht gell äh ja brauchen wir doch nicht mehr scheißegal oder brauchen wir doch ha ich hab mich reingelegt guck ich hab euch gesagt der Yoshi stirbt aber der war am Ende doch da seht ihr mal ist ja unverschämt mein neues Wort unverschämt ja war geil war auf jeden Fall geil ich schreib jetzt einfach mal dope 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 oder fancy immer gut so ja wunderbar absenden habt ihr gesehen wie gut ich war das ist echt geil Fehlercode diese beiden können keine weiteren Kommentare hinzugefügt werden lol okay dann kann ich halt keinen weiteren Kommentar dazu machen kann es sein dass das Ding einfach zu viele Kommentare hat okay ich krieg's halt nur Kommentar guck ich hab schon gegehen weil dieses Level einfach so einfach war das war so weißt du press right run and enjoy Mario Kart oh das hört sich geil an oh 46.000 Sterne ok ab geht's oh yeah Mario Kart oh jetzt bin ich gehüpft das darf man nicht oder ich hab keine Ahnung ob ich hüpfen darf aber ich soll nix drücken egal ich mach trotzdem was ich will da den Superstern nehmen wir uns auch noch ey ich hab was gedrückt und ich lebe trotzdem noch das ist ein gutes Zeichen ach da oben ist mein Gegner da Bozer geh mal aus dem Weg hier ich muss hier oh scheiße oh ich glaub das hätte nicht passieren sollen aber egal oh scheiße äh nein ich leb noch oh mh ok ja lieber Konto hat das Level grad ein bisschen kaputt gemacht aber egal ich bin nicht Mainstream ich spiel das auf meine eigene Weise wenn ich es überhaupt schaffe ich weiß es nicht weil ich eintreff oh kein Problem hier weißt du Mainstream das ist ja für hier für die letzten Loser darauf esse ich jetzt erstmal in Haribo Haribo Schlumpf aber red nicht von den red nicht von den ja hier da kommentieren wir aber jetzt noch ja schreib jetzt hin dope aussehen kann sein dass ich das nicht hinschreiben darf weil das vielleicht irgendwas mit Drogen zu tun hat und dass es deswegen Nintendo mir eine Fehlermeldung gibt ja Fehlercode nein oder das kann doch nicht sein wir gucken mal oder mein mein MiWord ist grad ein bisschen kaputt mh fancy wir machen mal fancy fancy ist kein filmes Wort nee ich krieg die ganze Zeit Fehlercode diese im Beitrag können keine weiteren Kommentare hinzugefügt werden okay ich hab irgendwas kaputt gemacht ich weiß nicht was dann bewerten wir es einfach aber ey guck mal 10 Minuten 33 ich hab die Zeit gut gerettet hier mit den easygoing Levels würde das auch für den Part machen für den Part machen genau für den Part würde ich machen äh einen Daumen nach oben diese kommentieren abonnieren liken teilen ich hab schon doppelt jetzt gesagt die ganze Kram ihr wisst bescheid ich hasse es immer wieder aufzusagen aber um es nochmal zu erwähnen ich gemerkt habe haben diese dass wenn ich sagen diese dann ich mehr bekommen ja gut also huijoi huijoi bis zum nächsten Part euer Conso äh prrrr hau rein Amen.